Liebe Grillfreunde, ein neues Produkt von der Wiesbauer Barbecue-Serie Finger Ribs. Wir haben da Sous Vide gegarte Spare Ribs, nur das Mittelstück in drei Geschmacksvarianten. Einmal die asiatische Variante mit Periake, die süße Variante mit Honey und zuletzt die scharfe Variante mit Chili. Die Zubereitung ist ganz einfach, auspacken, man kann es im Backrohr bei 200 Grad zubereiten. Ich als Grillweltmeister mag es natürlich am vorgeheizten Griller, in dem Fall Holzkohle. Die Holzkohle lege ich links und rechts an die Seite, lege die Ribs in die Mitte indirekt und grille sie bei 200 Grad indirekt 20 Minuten. Mein Tipp, wenn die Ribs am Griller liegen, warte ich zwei, drei Minuten bei geschlossenen Deckel und mit der Zange die Ribs kurz auseinander drücken. Die Zeit ist um, unsere Finger Ribs sind fertig. Jetzt habe ich wieder die Chillies, die schauen gut aus, haben eine schöne Farbe. Ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden, was ich als erster koste. Aber ich sage euch auch eins, Aquablaning auf der Zunge ist eingetreten und guten Appetit, lasst es euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.